So Leute, willkommen zurück zu Massa 3. Ja, hallöchen meine Lieben und wir nehmen gerade mit die Story auf. Ich bin gespannt, ob das da eben besser läuft als ich weiß. Und ich hab vergessen, die Stoppe zu starten. Ja, jetzt ist aber an. Was soll's? Erstmal im Kreis laufen, wir los. Mit euch hab ich schon gesprochen. Ähm, okay. Nicht. It's just a guess, but I said, say a Drago climbed up from here. Boney kratzig? See, those claws marks. The small centenum belong to a Drago. But why would a Drago claw and stuff like this enough to leave gashes in a rock even? Ja, vielleicht hat er nicht verfolgt. They are such peaceful creatures. Ja, eigentlich schon, ne? I get the feeling something very bad is happening to the forest, the people, the animals and me. Oh, was sagst du? Oh, das faul ist, quit das. Ach toll. Ein Moment, mach mal kurz Aufnahmestopp, ich muss mal kurz telefonieren. Ähm, da sind wir wieder, kleine Unterbrechung. Ja, äh, Ferti musst du grad nicht irgendwas anrufen, von wegen Steam-Lokal-Runde in 10 bis 15 Minuten. Ne, 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 ne. Mein Gott. So. Warum ruft er mich immer an, wenn ich in der Aufnahme bin? Warum? Warum macht er das? Egal, ich weiß es nicht, aber ich muss jetzt, but T-R-U-Syklusieren. If all the forest creatures are acting wild, and I'm suddenly getting really bad vibes here. Oh no, I mean, is that in a good way? Ja, sie verhalten sich gekabelt, sie verhalten sich wirklich gekabelt, wirklich sehr gut. Ne, und so sie verhalten sich gekabelt. Hahaha. What I meant to say is, I'm getting good, bad vibes. If that makes sense. Thump, thump. Komme ich hier hoch? Nein. Boney! Boney, rastet aus! What is Boney? Slint. I think Boney found something. Oh, look up there, there's a scrap of clothes, don't you see it, there's a bit of red right over there. Nein, von Hinawa. What is it? Is there something on top of this clip? Old man Wes, what are you doing here? Sorry to say, but there's nothing a wickety old man can do to help us out. You have to talk about it. You know. Oh, Flint! Don't tell me you intend to climb this cliff. I know how you feel about scaling this cliff face is just too dangerous. But you know, it's anxious to go alone, take this. But you know, maybe my son could be of use. I don't know if it will help any, but let's get him here so he can try. I need to borrow, I need to borrow Bonnie for a bit. I need to borrow Bonnie. I need to borrow Bonnie. I need to borrow Bonnie. Bonnie, bring my son back here. My son's name is Duster, a strange but nice guy with unexpected skills. He's called Duster. His name is Duster. Got that? Here, have a sniff of his sock. That's right. Alright. Now, Bonnie. Run, my dog. Run. I've tied a little ribbon to your collar. Show him the ribbon and he'll know exactly what's going on. No fetch. Woof, woof, you can count on me. Toller Einsatz. Dude, what is that for no music? Die Kinder gucken nur dumm. Die Kinder gucken nur dumm. Der Typ schläft. So einen Hund will ich auch. Haha. Der kann mich dann jeden morgen schlappen zur Schule zehren. Ich werde das da sprechen, aber ich muss nur die Musik auslaufen lassen, weil der hat bei mir ewig noch gebraucht, weil ich von der externen Festplatte lesen musste. Duster! At long last is it time to put the three of skills you've studied since Scheinco to the test. Now show us your wall-stable technique, right here, right now. I did study that technique, but this is my first time using it for real. I hope this works. Also ich muss nochmal, dass er rumpelt. Ja. Ist er aber ja look scaldable hier. Richtig übertrieben wie in einem Anime. Ey, nicht alle Animes sind so. Allgemeiner sie bloß jetzt nicht. Alright, that should do it. Flint, be careful coming up. Careful is mein zweiter Name. Oh, da wohnt. Looks like the rain stopped. I have a slight leg handicap, but I'll do my best. Please take me with you. Das ist der Giant Deo Party. Das Sing-Tierm hatten wir doch schon. Das ist auch ein permanentes Party-Mitglied. Das ist die gleiche Farbe als Naras Dress. Gott, das Scrap of Glove. Jetzt gucken wir nach welches Level er eigentlich hat. Das da. Status. Genau. Fünfzehn. Ne, acht. Der muss erst mal trainieren. Ja. Normalerweise werden wir High Devil 8. Hätten wir jetzt nicht den Intern-Hack. Es gibt zwei Wege, die ich gehen kann. Höhle und hier oben lang. Nein, rechts, rechts, rechts. Da geht's im Boss. Ähm, ja. Hey, Flint. There's someone here. Naja, wenn das jetzt nicht schon tot wird, weiß ich auch nicht. What are those? Are they human? Das wird mein Tod, aber ich werde ihn genießen. What are they doing? Ne, what are they doing? Egal. Auflös. Das ist immer falsch. Das ist immer richtig. Hallo, Ober hier. Ich habe eine Reconstruktion der Tablene gebetet, es wurde zuerst überwärts. Das ist immer so gut. ich hätte die taktik nennen können wir das viel dass das wall staple gegen das ist das wie sehr sehr empfindlich und damit kann man gegen erlernen wenn der zwischen bei flüten teams an die schaden macht rad weiß es bei das macht fast ein one kann es sich jetzt nicht mehr bewegen für wie lange drei oder zwei oder drei ungefähr so ich bin die musik von dem gegen die rhythmus nicht rein verteidigen 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 habe ich gesagt mit einem verteidigen ich bin tatsächlich angegriffen ja egal vielleicht kann was einstecken selbst rechtlich haben bei das teil gemacht ich verliere es ist doch eigentlich egal ich weiß nicht dass du unbedingt verlierst weil wenn du genug leben kannst solltest du dich das daheim sondern mal schießt bekäler schießt bekäler schießt weil der mark käse ich mache das jetzt die ganze zeit du hast ja ja okay ob das das was bringt weiß ich noch nicht aber na gut das bisschen schaden was er machen würde ist ja auch egal oh drei hits ich habe nur hoffnung dass der jetzt nicht das dann greift so mit boni heißt du jetzt am besten mal das da das da uns nicht weg stirbt auf dass da das hat im nehmen na ja nicht unbedingt momentan bringt zwar nichts aber ist mir jetzt auch eigentlich recht egal ist irgendwie ich glaube ich gehe auch wenn ich das schaffe trotzdem mal in die höhle einfach mal um zu gucken was da für gegner sind ich habe kack hier gerade so was von mit den kombos oh jetzt glaube ich mir verteidigung angesagt ja wohl doch noch nicht aber nachdem es sich frei gemacht hat während der verteidigung glaube ich angesagt ja oder ich bin ach komm er klickt mal acht schaden naja und dann ist das dann ich bin der beste so wenig was für ein scheiß wie naja mindestens das da und boni auch 124 ist dann viel das ist so viel wie drei gegnern geben überlegt mal das ist das noch das ist noch das ist noch das ist noch das ist okay und und